wir machen heute weiter mit unserer kleinen story und da wir schon bis die tagsüber gefahren sind machen wir mal wieder ein bisschen in der nacht weiter würde ich sagen wir wollen die thema thema decks auch gerne noch jetzt in der nächsten zeit abschließen geht jetzt sofort weiter wenn du die letzte strecke macht ist wirst du die nächste lieben sie ist in downtown ich schicke dir die position ja ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen in richtung wird sich gehen kann aber nur ein paar wenige keine rennen mehr aber egal und die heißt experimentell babo ist diese strecke wird zeigen wie gut du bist eine patsphäre momentan Jetzt hat man die komische BMW weggedreht. Mir nach, Kind. Arbeiten wir uns vor. Ja, das ist gerade das Problem, dass einer da vorne ein bisschen weg fährt. Das ist nicht der gute... Ich komme momentan noch nicht mit dem Tempo um die Footcampe. Bleib weiter konzentriert! Gut gemacht! Oh, ich hasse sowas. Mal sehen, wie du mit Druck umgehst! Nicht schlecht! Aber so ein kleiner erfreutlicher Rempner tut ihm auch gut. Lass nicht nach! Ich werde es auch nicht tun! Das wird noch ein heißer Kampf! Halt! 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 das jetzt quasi das ende der redex das einer gott und farion dass das eine rennen noch und dann mal feiert heute ja 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 so haben wir die schwarztrassel noch Okay. 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 I love it. Okay. Alright. Now I'm three to move. rot Let's drag me out. Okay. Ja, jetzt sind wir zumindest wieder erst, jetzt ziehen wir uns den Dopp vor, ne? So, haben wir sie! War jetzt nicht das größte, die größte schwerste Arbeit, also klar, war schon ein bisschen dran, die Jungs, aber... So, dann haben wir es in der nächsten Folge, könnten wir mal wieder ein bisschen in der Nacht fahren, weil wir müssen ja noch ein bisschen was erreichen und... Ja, ich will es doch nicht in den Jungen abschließen, weil er bin 50. Ja, da bin ich fast sogar 50. Ja, dann müssen wir halt noch ein paar reinfangen. So, dann gehen wir da rüber zur Garage. So, gehen wir so mit, dann können wir mal Feierabend. Und dann schauen wir mal. Ich mache unseren kleinen Rückzugsort auf dem Land. Fühl dich wie zu Hause. Ja, dann sehen wir uns wieder, ne? Bis dahin, tschüss! Bis dann, tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017